T5C T5C Bildungswesen noch einfügen müssen Da wir aber schon paar Meilensteine geschafft haben die Möglichkeiten haben eine Fläche neu zu kaufen Ich hab's mir auch nicht schon offline probiert sondern ich hab mir entschieden das wir die Seite hier nehmen Die kostet 5.400 € bebautes geeignetes Baugebiet soll 94 Prozent sein und hier gibt's und was also ich könnte eigentlich die Industrie runterziehen und man könnte nach rechts das Gewerbegebiet eben verlagern und das Industriegebiet auf die Seite hier hinziehen oder was ich eigentlich wollte, das Wohngebiet was ja wiederum ein bisschen schwierig ist, wenn's hier Erz gibt sollte man ja schon für die Industrie nehmen so, und dann werden wir das auf jeden Fall kaufen haben wir schon mal eins unsere Stadt wächst und unsere Industrie auch hoffentlich wird das äh, ja hoffentlich wird das bei den Gebietsabgrenzungen berücksichtigt also man kann ja noch die Gebiete markieren, was das ist ähm, ja so, jetzt haben wir natürlich eine größere Fläche Bahnanbindung ist natürlich auch vorhanden genauso wie die Autobahn Fluss allerdings nicht das ist dann ja logisch, also jetzt kann man nämlich natürlich unseren Rohstoffen hier mal angucken, was hier sein soll, hier sollte ja Erz sein Erz gibt's natürlich ja, so extrem dramatisch gar nicht wie man so sieht fruchtbares Land was wir hier haben das Stück zumindestens noch hier oben ist eben das hier wo man die Industrie eigentlich lassen könnte und hier an der Seite beginnt eigentlich erst das Erz weil an Gebirge ist meistens immer Erz und hier so ja, weniger gut, da haben wir jetzt eben noch nicht so viel obwohl das ja da stand das passt mir eigentlich relativ gut da können wir hier weil wir brauchen ja, wie wir hier sehen Nachfrage an Wohngebieten die sollte man schon schaffen und da werden wir hier auch die Wohngebiete weiter ausbauen äh, zum allererst zum allerersten Mal so ein Quatsch als ich nixle das meinte ich sollten wir eben ähm eine Feuerwehr mal hier hinbauen weil uns hier laufen die Industrie ja am Arsch abfackelt die Frage ist natürlich wo bauen wir die hin weil wir sehen ja diese grüne Fläche heißt ja da wo die Feuerwehr am schnellsten da ist und das Problem ist eben die ist da wo man die jetzt hinsetzen würde also wenn ich die jetzt hier hinsetze dann hat die mehr die Seite da als die andere eben die sie zumindest schnell erreichen würde was eben jetzt noch nicht funktioniert aber ich überlege schon die ganze Zeit auf die wirklich auf man die vielleicht doch im Industriegebiet hinsetzen sollten weil da meistens die Gebäude mehr abbrennen wie jetzt so bei den genannten Wohngebieten also so habe ich meistens das Gefühl dass dort immer mehr oder schneller was brennt wie in den Wohngebieten so frage jetzt wo setzen wir die hin hier ist der Müllplatz an dem Müllplatz möchte ich frei halten weil da kommen ja sicherlich noch Paare dazu ähm hier will er gar nicht hier rum will er wieder okay oder bauen wir die gleiche rum ähm ist nicht grad so toll aber jetzt gucken kann man da schon was eingegrenzt ne da kann man ruhig die Feuerwehr eben da hinsetzen die haben wir auch hier hin machen so und dann freuen die sich die da drüben freuen sich ja weniger und dann sollten wir hier noch irgendwie die Straßen beziehungsweise hier eine Abfahrt hinbekommen weil wenn ich das jetzt hier ausbaue alles mit so kleinen Straßen dann kommen die hier relativ schwer darüber gedacht ist ja jetzt eigentlich so wie ich mir das jetzt so ein bisschen vorgestellt habe eigentlich sechsspurig dass man die hier so ein bisschen anschließen und dann sollte die hier praktisch so rüber gehen also so mehr hier als Darstellung aber brauchen wir jetzt noch nicht machen wir brauchen erstmal wie gesagt hier so eine Abfahrt das ist immer schön lustig die zu bauen weil da stelle ich mich immer irgendwie ein bisschen schwer damit an oder man könnte theoretisch eigentlich doch noch hier ein paar kleinere Straßen bauen ob das dann so sinnvoll ist die dann hier alle durcheiern müssen es ist schwierig auf jeden Fall das mal so festzustellen oder festzulegen dass es so gehen soll wie ich mir das gerade vorstelle naja zur Autobahn kann man eh noch nichts bauen weil wir noch mindestens 2400 Einwohner erreichen müssen deswegen sollten wir dennoch hier irgendwie noch eine kleine Straße bauen wo die eben oder wo wir eben dann noch Wohngebiet besiedeln können beziehungsweise die Leute da einziehen können gute Frage ist bloß wo weil ich denke mal ich nehme jetzt die Straße hier die wir schon einmal haben so wie bauen wir das ein bisschen ob das jetzt gut aussieht weiß ich jetzt selber nicht ich bolle das jetzt einfach mal so frei Schnauze ohne hier groß irgendwie zu beachten wie das aussieht bei der Zeichnung möchte ich jetzt nämlich nicht gerade da da machen ob das noch gut aussieht oder nicht könnt ihr mir auch gerne reinschreiben in dem Video also in den Kommentaren wie ihr das vielleicht machen würdet ja da will ich nicht hin sieht jetzt nicht gerade sehr sehr toll aus natürlich habe ich mich wieder verschluckt wie immer eigentlich verschluckt irgendwie ausgetrockneten Hals jedes Mal das sieht natürlich super blöd aus so wir lassen das jetzt hier erstmal so da haben wir erstmal ein Stück Straße wieder gebaut um hier ein paar Einwohner rein zu bekommen weil die 2400 möchten wir noch erreichen dann kann man wenigstens hier einen Autobahnanschluss auf der Seite schaffen und den hier wie gesagt hier rüber dann ziehen hier unten durch und dann würde ich den gerne wenn es dann mal wird dass wir die hier upgraden können das nennt man den dann upgrade glaube ich oder die Straßen verbessern dann wäre das gar nicht mal so übel wenn wir das irgendwann mal hier schaffen würden so sieht natürlich gut aus da ist natürlich ein kleiner Fleck der nicht wollte ja in der Autobahn ist auch immer so eine Sache da wollen die Leute meistens nicht weil es da laut ist aber das soll jetzt nicht so relativ stören denke ich mir mal ein Baum auf dem Grundstück das ist natürlich immer gut kann man gleich ein Baum ausbauen so nehmen wir mal jetzt die Fläche dann bräuchten wir eben noch wie gesagt die Arztpraxis die wird aber extrem teuer genauso wie die Polizeiwache kann man nicht bauen die kostet 10.000 und die Polizeiwache kostet glaube ich noch mehr na 12.000 genau Gewerbegebiet braucht man natürlich auch noch Wasser haben die Strom haben die auch haben sie davon genommen gut Strom ist natürlich wieder mal knapp das ist natürlich immer so so ein Problem was man am Anfang hat einmal diesen kleinen Windrädern kommt man da sag jetzt mal nicht so super toll weit ne was sind eben bloß 8 Watt die der da erzeugt und wenn da jetzt hier 10.000 wohnen kann man uns auch vorstellen wie viele Windräder wir hier hinstellen müssten um hier überhaupt vernünftig was hinzubekommen ja dann nehme ich schon 7 Watt ja ganz und gar schon 6 da wo es am windigsten ist wo ist es noch am windigsten könnte man vielleicht hier hinstellen ähm 8 müsste man dann eben bloß hier rüber dann die Leitung verlegen also groß haben wir gar keine Fläche die hier was noch für Windräder geeignet ist so das nächste haben wir jetzt an Mainstein eine winzige Kleinstadt Dekoration einzigartige Gebäude in der Stufe 2 Hauszielverbot Rauchverbot Parks und Freizeitmöglichkeiten und eine Oberschule können wir bauen wir haben aber noch nicht mal Geld dafür aber wir haben Geld dafür bekommen das ist gut ähm ähm die brauchen natürlich Wasser das war klar sollten wir nicht vergessen ohne Wasser wird das nämlich relativ schlecht für die hier dass sie hier dann irgendwie wohnen können da machen wir jetzt so wenn wir dann gleich das ganze Gebiet hier abdecken und mindestens da wo ich mir das jetzt gerade so gedacht habe draußen ist wieder Silvester wie immer ach und da schaut es immer was los hier hier gibt es immer was zu knallen keine Ahnung warum so auf jeden Fall ist hier Kriminalität das sehen wir ja schon hier ein großes Problem meistens ja oder eigentlich ist es ja hier bei den Gewerbegebieten sehr groß der hat keinen Wasseranschluss das ist äh schlecht in der Feuerwehr ohne Wasseranschluss da muss man die restlichen Verbrennungen hier beseitigen so und das ist dann auch auf jeden Fall eine Polizeiware bauen muss die eben warten 12.000 ich frage es jetzt wohin weil wie gesagt die verteilt sich dann nämlich auch nicht so super einfach so sind alle ein bisschen etwas glücklich er hat natürlich wieder keinen Strom oder doch da ist gut man kann natürlich auch hier das Budget erhöhen von einem Jahre rum zum Beispiel äh nicht Budget das hier na doch ist das Budget wo sind sie hier polizei kommissariat die Anzahl der Streifenwagen wird vom Budget vorgeben also wenn ich das jetzt weniger wie 100% mache fahren dann eben jetzt wenn ich die Hälfte mache logischerweise die Hälfte nur noch rum also statt zwei Fahrzeuge eben nur eins der dann kontrolliert und wenn ich dann eben höher mache dann eben ein Stück mehr ihr seht mal gerade hier wird hier gerade langfahren und dann geht das mal so schön weg also relativ gut funktioniert das schon mal wie das jetzt hier hinten ist sehen wir hier irgendwo hier langfahren da ja genau das sind diese polizeiwagen die hier langfahren die fahren jetzt nirgendwo hier wird auch schon fleißig wieder eingezogen kann man das hier eigentlich auch voll machen aber meine Stimme ist wieder vollkommen im Arsch das finde ich jedes Mal gut ganze Zeit ist nichts und dann immer bei der Aufnahme so eine Schule wollten wir noch machen Feuerwehr haben wir Schule Gesundheit also noch ein bisschen empfehlenswert Mülldeponie haben bildung 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 war hier das ist dann eben die oberschule die man bauen müssten da werden die dann eben etwas intelligenter oder schlauer sagen wir es mal so jetzt haben wir natürlich gerade hier ein Feuer jetzt wollte ich mal gucken auf unsere Tatüter Tal das hier hin schafft bevor das Gebäude abgefackelt ist brennt das denn schon oder ja es brennt schon deswegen man müsste dann eben zwei bauen oder eben eine größere dann würde das auch funktionieren so mal gucken wo die ist hier ist sind zwei die da jetzt hinfahren werden sicherlich steht jetzt schon fast in Flammen da kommt das Geodl um die Ecke ja auf jeden Fall die wie gesagt die Feuerwehr die fährt eben auch dahin das Problem ist eben los dass es so eine kleine Reichweite hat und bevor die das da ich sag jetzt einfach mal geschnallt haben dass es da brennt kann es meistens schon zu spät sein deswegen müsste man dann später die größere bauen irgendwann mal äh die ist immer gerade bei Gesundheitswesen verlampt wo sie hier die ja aber die kriegen wir erst ab 4600 ein Feuerwehrhaus die ist natürlich ein bisschen die Reichweite größer hat natürlich auch eine Löschfahrzeugkapazität von 25 und die hat eben nur 6 das ist eben der Nachteil an den kleinen so gelöscht hat er dafür sieht es aus äh bisschen schwarz aus schön getoastet jetzt haben wir natürlich ein kleines Stromproblem war ja logisch wir setzen das jetzt auch hier hin oder setzen wir hier machen wir Strom Kohlekraftwerk wir haben aber keine Kohle hier das ist das Problem wobei das eigentlich glaube ich gar nicht so schlimm ist wenn man das jetzt doch bauen würde aber naja wir nehmen jetzt einfach den hier der ist eigentlich auch ein bisschen nicht so teuer wir werden jetzt hier noch die 8 Megawatt finden obwohl hier unten haben wir auch noch was mit 8 Megawatt gehabt irgendwo war das da zum Beispiel so 40 also man sieht schon was man da eben hier reinstecken müsste eben an diesen Kraftwerken die kosten eben alle oder die Unterräder kosten Haufen Geld und man braucht schon ein paar Extremen mehr ansonsten wie gesagt kann man das in dem Budget erhöhen und dann geht das auch aber so lange können wir das erstmal lassen stört das ja nicht gerade extrem die wollen natürlich hier ihre Industrie mal irgendwie ein bisschen weiter haben äh verlangt natürlich nach Industriegebieten müssen wir mal hier die Straße irgendwie noch anschließen wenn ich das hinkriege so sieht zwar richtig schön kacke aus aber ey ich will es hier nicht nach Schönheit bauen so in das Triegebiet ist das hier logischerweise bauen wir jetzt einfach das obere aus hier ja noch nicht mal fertig gezogen hat er schon gebaut Wasser haben die Strom werden sie sicherlich dann von dem anderen Nachbarn beziehen so hier ist wieder Feuerchen war ja klar schon wenn man was sagt dass es nur in den größten Teil Industriegebieten ist ist es jetzt natürlich schon das zweite Mal dass es im Wohngebiet brennt ist natürlich blöd ja Schule wollten wir bauen das stimmt eben Grundschule zumindest empfehlenswerter wäre natürlich hier eben noch Gesundheit vielleicht mehr weil kranke Bürger gibt es ja immer Frage ist eben woher wir jetzt wieder hin hier so hier müssen wir abreisen machen wir es so freuen die sich alle Grundstückswert steigt auch ein wenig und wir haben wieder ja minimal Geld bekommen sozusagen dafür die Feuerwehr kommt natürlich fast zu spät braucht eindeutig zu lange aber naja sind wahrscheinlich die Sommertage genau die wir jetzt haben mit knappe 35 Grad im Schatten und so ein Mist wo sich das aufnehmen hier drin in meiner Wohnung extrem gut macht wenn man hier schwitzt wie so ein Esel und keinen Durchzug hier hinbekommt in so einer Wohnung ist das natürlich extrem schwer so wir wollten eigentlich ja 2400 brauchen wir da noch 400 Einwohner irgendwie noch hier rein zu bekommen oder reinbekommen nicht rein zu bekommen reinbekommen müssen wir weiter die Straße hier hinziehen ob ich die jetzt ja da müsste er jetzt eben dran leiden ja jetzt ist er sauer weil ich eben den Einwohner rausgeschmissen habe auf gedeutsch so hier lassen wir das für die Schule Schule und Schule müsste hier hinkommen also immer die normale und immer die Oberschule auf das so sinnvoll ist diese nebeneinander zu bauen ähm ja wird schon in Ordnung sein sag ich jetzt mal das war jetzt nicht gerade die Ideallösung aber das muss gehen so sind die zwar sauer gewesen aber egal müssen natürlich noch die Leitung verlegen hier sieht schön doof aus aber erfüllt den Zweck auf jeden Fall erstmal auf jeden Fall das nächste Gewerbe wo das Gewerbe noch hin soll könnte man mal gucken was soll müssen wir als nächstes erreichen die 2400 da kann man eins wieder frei kaufen und dann wird dann das Gebiet hier unten denke ich mal was man ja kaufen könnte äh also was man ja jetzt nicht kaufen können weil wir ja das hier gekauft haben noch freischalten und könnten da die Einwohner hin runterziehen zumindest erstmal hier diese äh abgebildet oder so angedeutet diese Autobahn die dann hier nach da und dann theoretisch nach da gehen soll ob das so klappt bin ich dann auch gespannt müssen wir eben sehen wie das erstmal wird ansonsten wir haben ja noch hier oben Platz da können die Einwohner eben auch noch hin nennen wir das jetzt überhaupt Einwohner oder Einwohner unsere Wohngebiete so oh mein Gott Wohngebiete hier und dann könnte man auch ein Stück nach oben unsere hier Gewerbegebiet versetzen oder hinziehen Straßen sind hier drin natürlich nur noch belebt weil es geht ja nur mal diese kleinen Gammelstraßen lang große Straßen haben wir noch nicht so jetzt bin ich mal gespannt wenn wir jetzt das so unten ich werde das jetzt schon andeuten diese Autobahn mal so rum ja gut ich dachte jetzt nehme ich der haut die auch wieder raus hat er eigentlich Glück nicht gemacht es geht auch ganz schön ins Geld 7000 kommt man ja eigentlich rüber kann man ja einfach querbauen äh warum sollte das auch gehen das wusste ich jetzt selber nicht also da müssen wir dann eben oben rüber bauen das ist natürlich blöd aber erstmal so ungefähr sollte das dann funktionieren hoffe ich mal so und wenn wir jetzt hier den Teil könnten wir jetzt schon anbinden mal gucken wie teuer das wird aha das ist schon 13.000 nur für das Stück für dahin also ja dann wäre schon extrem an Geld was hier reingeht alleine das hier sind schon naja ok der will noch Wasser haben haben wir natürlich gleich nicht bis dahinter gezogen habe ich wieder vergessen wie immer so das Wasser ist natürlich kein Problem immer der Strom ist das Problem wir sind nämlich schon wieder auf den nennen wir das auf dem Maximum Level oder Minimum so Strom war hier da werden wir einfach die Kosten auf 125 erhöhen mal gucken was er dann zeigt 56 wird natürlich dann hier wieder weniger bei den wöchentlichen Einnahmen weil sie mehr einziehen umso mehr wollen ja Wasser haben auf das dann Industrie ist oder Gewerbegebiet ist das gleiche auf jeden Fall wir haben erstmal ein kräftiges Minus oder uns fehlt einfach das Gewerbegebiet wo sie überhaupt einkaufen können wir haben zu viel Industrie weil die verlangen auch immer noch nach Industrie das ist das komische so ich möchte jetzt hier ungern am Rand weiterbauen wir machen das erstmal so rum hier so 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 bis hierhin dann haben die ein bisschen mehr wieder hier drin könnte man eigentlich auch noch fertig machen so weil die wollen ja irgendwo arbeiten gehen die da hinziehen wir müssen uns mal die Straßen auch noch im Blick behalten also hier laufen die auch noch alle ja das wird schon eine kleine Herausforderung hier mit City Skylines also wie gesagt ich bin auch kein perfekter Mensch der City Skylines in- und auswendig kann oder beziehungsweise in- und auswendig aber originalgetreu planen kann als Städtebauer oder wie auch immer ich versuche mein Bestes ob da natürlich das Beste rauskommt ist die andere Frage der muss natürlich erst hier rein und dann hier rum das ist natürlich äh mehr oder weniger ein bisschen blöd werden wir jetzt wieder ein paar Leute rausschmeißen hier so und ja dann glauben natürlich wieder zwei Häuser dran ist natürlich immer das negative bei sowas aber anders geht das nun mal jetzt nicht weil das sieht so ein bisschen blöd aus wenn die Feuerwehr jetzt zum Beispiel von hier kommt und da hinten brennt dann müsste die jetzt extra hier runterfahren und rum ein bisschen können wir denen schon gönnen dass sie hier auch noch abbiegen können sollten und das Gebiet haben sie natürlich auch wieder fast ausgebaut was ich mir so dachte der wird natürlich fleißig gebaut und dann ist das auch wieder schon etwas mehr an Einwohnern die wir gesammelt haben also 10er knapp 100 dann kann man uns den Fleck da unten noch leisten den hier dann haben wir ein bisschen mehr Geld dann kann man eben auch ein anderes Kraftwerk mal vielleicht bauen die Straße die Autobahnanbindung sowieso hier lang nach unten weil wenn man hier alles zubauen dann müsste man alles abreißen weil das hier ist schon wieder so so grenzwertig also die könnte man aufwerten dann zur Autobahn 3,6 spurig da oder wie das war nee 3 spurig oder jetzt weiß ich es selber schon nicht mehr was war das gewesen ich glaube die ist 6 spurig gewesen ja 3 links 3 rechts genau Autobahnauffahrt und das ist eine Lärmschutzwand große Straßen naja gut auf jeden Fall wenn wir die 2400 erreicht haben sind ja nur noch ein paar Einwohner dann wie gesagt machen wir mal den Autobahneinschluss auf jeden Fall hier lang hier raus erstmal dass wir hier das Wohngebiet noch runter siedeln können und dann die ja eben einschließen und da müssen wir uns eben noch was einfallen lassen unser kleines blaues Gebiet unser Gewerbegebiet brauchen wir Leute wollen ja irgendwo was einkaufen das fehlt natürlich eben noch Industriegebiet reicht zumindest wenigstens gerade noch so aus und dann geht es eben weiter ok ich werde hier an der Stelle Dankeschön sagen fürs Zuschauen wenn euch das Video gefallen hat gebt mir einen Daumen nach oben ansonsten wünsche Kritiken Vorschläge schreibt das unter dem Video in den Kommentaren rein würde ich mich freuen ansonsten alle die jetzt neu zugeschaltet haben euer Kommentar oder euer Statement oder Feedback könnt ihr mir gerne auch geben natürlich würde ich mich über ein Abo freuen und dann sage ich ciao bis zum nächsten Mal bye bye so ein kleiner Nachtrag nochmal natürlich genau wo ich jetzt bye bye gesagt habe kam jetzt dieser Bildschirm unser unser sogenannter Meilenstein den wir wieder erreicht haben wir haben jetzt natürlich die boomende Kleinstadt erreicht von 2400 wollte ich eigentlich in dem nächsten Video zeigen aber machen wir jetzt das schnell so und zwar freigeschalten wie gesagt jedes neue Gebiet was man unten freischalten kann die Transporte einzigartige Gebäude in der Stufe 3 Busse die Industrie Spezialisierung dann für die Richtlinie Recycling und Freizeitnutzung unsere neuen Straßen sind dann diese Kleeblatt Dreibahn und große Kreisverkehre die man bauen kann so wie Autobahn und Autobahnauffahrt was man ja brauchen und dann die neuen Gebäude sind einmal Friedhofen Busdepot und fortschrittliche Windturbinen die man in Wasser hineinsetzt direkt gut dann sage ich trotzdem jetzt nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und Bye Bye